Hallo, alle. Heute werde ich dich in deinem Raum nehmen. Ich bin nicht krank, okay? Ständig werde ich korrigiert und übersetzt in sogenannte Objektive. Aber jetzt reicht's. Geht's mir raus? Bin ich denn jetzt hier? Katze? Ich habe einen Namen. Hellen Katze. Katze! Wenn Sie weiterhin so derartig darauf bestehen, krank zu sein, dann könnten wir Ihnen eventuell anbieten, Ihren Kopf zu transplantieren. Für die Wissenschaft, für das Spital, für die Menschheit und die andere. Ich hab was für dich. Es ist ein ziemlich gutes Schmerzmittel, das eigentlich ein Entwurmungsmittel ist. Es wirkt wunderbar. Was hast du mir gegeben, Katze? Ich verliere mich jetzt. Es ist echt gut. Wenn wir Sie jetzt bitte über die Risiken aufklären dürften. Hämatoren, Halsschmerzen, Heiserkeit, Hirnschlag, Schizophrenie, Depressionen, Erbrechen, Übelkeit, Durchfälle, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust, Geschmacksstörungen, Schwindelschläfigkeit, Konzentrationsströmen, Koordinationsstörungen. Jetzt wird es kurz unangenehm. Ich weiß es nur nicht möglich, Wir sollen ja in die Rauner drei seeking, aber es gibt keinen physically unter NOW! Nachdem sich всё mit der hellemalongen, Ist ja auch sorta gut.